Ähm, Salat. Äh, Salat. Okay. Ähm, vielleicht schaffen wir ja jetzt sogar die zu besiegen. Nein, die stehen direkt vor der Tür. Ja, ich weiß, aber wenn wir alle sofort auf den Ogre gehen... Nur weil der ja der Einzige ist, der trifft und killt und... Moment, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir können doch erst mal schlafen. Ja, stimmt. So. Moment, jetzt kann ich auch wieder zaubern, oder? Ich auch. Identifizieren, nicht, aber Tierbeschwören. Was eh nie klappt. Also, rein. Okay. Rein. Du bist noch nicht drin, oder? Nee. Die Orks sind auch weg. Okay. Ich werde mein Bestes geben. Du hast Pause gemacht. Okay, wir wissen's. Wir pullen ein, schießen wie wild drauf und rennen raus und warten dann 16 Stunden, damit die wieder weg sind. Das ist doch ne gute Taktik. Irgendwie muss man's erschaffen. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass die jetzt auch ausgeruht sind. Naja, aber... Okay, okay. Hier. Warten wir, bis sie kommen. Nein, du Zwerg. Bleib hinten. Kann ich helfen? Moment, ich guck mal eben. Moment. Magier! Nee, der ist immer noch verletzt. Moment, 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 Moment. So, meine Magierin soll noch mal zaubern. BAM! Yeah! Moment, ich schick meine Krieger, meine beiden Schläger auf. Oh fuck. Kleriker ganz gut ziehen. Er ist aber schwer verletzt. Kleriker ganz gut ziehen. Kleriker ganz gut ziehen. Nooo, die ist tot. Los, wenn der Pfeil trifft, ist er tot. Bam! Ja, er ist tot. Okay. Aber leider zu spät. Leider sind alle anderen auch tot. Zwei von unserer Gruppe sind draufgegangen. Darf ich das alleine versuchen? Nein! Doch, du kannst ja im Hintergrund warten. Ich will nur mit Pfeilen drauf schießen und wie ein feiges Hühnchen weglaufen. Aber wir haben gesehen, es ist machbar. Ja. Rasten. So. Und Rien. Bin schon unterwegs. Okay, wenn du mich nicht vorlassen willst. Du egoistisches irgendwas. Hey, die Zuschauer wollen direkt am Geschehen sein. Ja. Kannst du ja auch. Aber wenn du jedes Mal stirbst. Okay. Bogenschütze. Der mich sofort trifft. Schieß die mal ab. Schon wieder getroffen? Ja. Weil du unfähig bist. Nein. Du hast doch gesagt, geh nicht in den Kampf. Wieso schlägt der? Oh, der Orga ist da oben. Oh, der Orga ist da oben. Moment, Moment, Moment. Wo ist meine Magier? Wieso ist die da hinten? Keine Ahnung. Und da kannst du doch gar nicht zaubern. Getroffen. Mein Gott, er leckt bei mir weg. Du musst die zurückziehen. Ja, ich bin bei. Ich kümmere mich so lange um die Orgs. Okay, er ist schwer verletzt. Ich muss noch ein bisschen zurück. Okay. Ich mach mal weiter. Brauchst du Hilfe von einem Kleriker oder so? Euer Glück hat euch verlassen. Ja, was war das denn jetzt? Er hat geschluckt. Schluck? Moment, lass mich mal mal gucken. Verletzt. Ne, schwer... Wie? Er hat sich geheilt? Ja, lauf wieder zurück in die große Kammer. Ja. Ja, ich bin bei. Okay, mein Krieger wurde getroffen. Moment. Ich heile mich mal eben selbst. Oh oh. Ich frag mich grad... Der Ogre ist wieder schwer verletzt. Ich frag mich grad, warum die Orgs nicht sterben wollen. Eine angemessene Bitte. Okay. Irgendwer wurde da grad angegriffen. Ah, nee, es war Dimitri. Und wieder getroffen, aber er lebt noch. Tut mir leid. Aber ich kann keine... Es passt tot. Nur noch einmal treffen. Ja, er ist dauernd. Irene, es geht levelig. Okay, mein Bestes geht. Ja, es geschafft, dafür dass ich den Looten. Nachdem... Nachdem fast noch, äh... Goldmünzen. Goldmünzen. Oh, ein Morgenstern. Was ist das? Der Caravanvertrag. Ja, den musst du am besten mal mir geben. Nein. Was die Arbeit ruft. Mein Schatz. So. Den ganzen Loot hier. Ob ich das auch lesen darf, oder ob da nicht was gescheitert ist, wenn ich den... So, dann lesen wir uns das mal durch. Der Caravanvertrag. Bailen. Gute Reise. Immer Scalaway. Wenn ihr diese Notiz lest, müsst ihr ein blablabla. Ich geb's dir mal. Da hast du's mit deinem Hauptcharakter. Dieser zerknitterte Pergamentfetzen scheint eine Art Vertrag zu sein. Berlin. Liefert diese fünf Vorratskisten an das Warenhaus in Osthafen. Aber passt auf, dass dieser skrupellose Gauner Pumab euch einen fairen Preis bezahlt. Geht mit dem Geld zu Churin, dem Lagervorarbeiter in Osthafen, und kauft damit drei Fässer mit ungeschnitzten Fischbeinen. Verladet diese Fässer und kehrt zurück nach Caer Dinival, wo ihr den vereinbarten Lohn erhalten werdet. Seid wachsam in der Tundra. Man hört in den Hügeln um Osthafen trieben sich Orks herum. Oh ja. Es wäre auf jeden Fall ratsam, wenn ihr mit eurem Vorschuss zusätzliche Wachen für die Karawane anheuern würdet. Gute Reise. Ilmus Galloway aus Caer Dinival. Kannst du mal speichern? Ich will in die Höhle, wo der Oga vorher war. Okay. Und ich komm mit. Ich werde machen, was du mir sagst. Da liegt auch noch Lud rum. Von den Typen, die wir zwischendurch erledigt haben. Die ich während meiner feigen Weglauf-Aktion angegriffen habe. Ja. Die so hat ja funktioniert also. Man kann zufrieden sein. Alle leben noch. Manchmal ist Rückzug doch besser als Selbstmord. Ja. Wenn Hitler das damals nur auch gewusst hätte. Pils. Gold. Und was ist das? Alp. Ein Zauber namens Alp. Ich werde mein Bestes geben. Alp. Alp. Necromanie. Manti. Grad 2. Sichtweite des anderen. Alle Feinde innerhalb des Wirkungsbereichs müssen einen Rettungswurf gegen Zauber ausführen, wenn sie verhindern wollen, dass sie panisch die Flucht ergreifen. Es gibt Wesen zum Beispiel und Tote, die gegen diesen Zauber immun tun. Magie schreiben. Meins. Taugt der Zauber was? Hoffe ich doch. Na gut, auf jeden Fall werde ich jetzt mal eben Irene aufleveln. Damit ihr es auch mal seht. Und ich kann nichts machen scheinbar. Ne. Aber ich hab dir ne Waffe gegeben. Ne. Ich hab sie von selbst gedevelt. Ist jetzt irgendwas besser bei ihr geworden? Ja, die Trefferpunkte. Ah stimmt. 13 Trefferpunkte hat sie jetzt. Sehr schön. Guck mal unter deinem Inventar. Ist der besser? Der Kolben? Der unten? 2 bis 8. Streitkolben. 1 bis 6 plus 1. 1 bis 6 plus 1. Ja, ist er. Ist ein Kolben in der Klasse Deutsch gewesen? Nein, ne? Nein. Streitkolben. Achso. Druinenstandteil. Initiative 7. Initiative 7. Okay. Da tut sich also nichts. Gut. Dann kann ich den behalten. Dankeschön. Wieso? Der lag doch hier rum. Das war da einer. Oh. Egal. Egal. Selbstverständlich. Indirekt was deiner. So, das heißt, wir können jetzt... Karavan ausrauben. Die Karavan Quest, die ist fertig. Und diese Höhle ist auch fertig. Die erste Höhle, der erste Dungeon in Icewind Dale. Und wir leben alle noch das Wichtigste. Ich bin zufrieden, du? Hast auch noch Angst vor dem Oder? Nö, ich weiß ja, wie man die besiegt. Ja. Panisch weglaufen und wie ein Feigling hinterher schießt. Ich werde jetzt übrigens aufschreiben. Manchmal ist Rückzug doch besser als Selbstmord. Wo ist denn die? So. Einverstanden. Das muss man sich einfach aufschreiben. Wieso bleibst du jedes Mal wieder stehen? Ach ja, und ich schaffe jetzt das Uga sich heilen, wenn sie die Chance zu haben. Wenn sie die Mana, äh, die Heiltränke dazu haben. Ja. Wir haben auch einen Heiltrank, aber den setzen wir so schnell nicht ein. Die sind nämlich wichtig und kostbar. Ja. Ich werde machen schnell, schnell. Ja. Aber gewiss. Was? Ich guck mal eben in unser Tagebuch. Ja, wo doch Quests drin stehen. Ähm. Naja, jedenfalls müssen wir jetzt zu Rodgar zurück. Können wir nicht lieber eine Stunde auf der Straße pennen? Rodgar, der ja zum Glück eine eigene Sprachausgabe hat. Ich will pennen. Dann werde ich wenigstens Sachen verkaufen. Das hier war sein Haus. Darf ich Sachen verkaufen vorher? Ja. Muss ich auch. Dann folge ich dir gleich. Ich kann ja diese, diese komischen Steine verkaufen. Ich verkauf erstmal den Pelz. Obwohl, kann ich den auch benutzen? Moment. Gebiet kann ich verlassen, während, während ein entfernter Spieler im Inventarfenster ist? Ja, ich hab verkauft. So. Schade, ich hab... Bin schon unterwegs. Den kann ich mir auf den Rücken schneiden. Ist also nicht so cool. Ich guck mal, was ich zu verkaufen hab. Verkauf ich den mal. Ich hab Pfeile für dich. Was? Du hast schon wieder Pfeile? Ja. Hab ich deiner Waldläuferin gegeben. Du bist nur eine Pfeile, ey. Haha, schlecht. Sollte es doch sein. Weiß mich einverstanden. Ladenbesitzer. Pommer ab. Oh, das Luchsauge bringt 7 und der Feuerachat 5. Oh, super. Geil. Werf sie lieber in See. Vielleicht fängst du einen Fisch damit. Bringt mehr. Na toll. Was ist das hier? Der Verkaufen und Verkaufen Knopf. Achso. Du hast auch verkauft, ne? Was soll ich für dich erledigen? Einverstanden. Nein. Ich hab die Sachen auf seinen Tisch gelegt und bin gegangen. Mann, wir haben nichts zu verschenken. Siehst du das nicht ein? So, was machen wir als nächstes? Rasten? Ja. Aber gewiss. Man weiß ja nie, was noch kommt und deswegen gehen wir auch nochmal sicher. Bevor der Typ jetzt meint so, hey, ihr müsst jetzt direkt vor Monstern spawnen. Ja. Ich werde mein Bestes geben. Das kann oft genug passieren. So. Diesmal gönnen wir uns ein Händlerzimmer. Zur Feier des Tages. Tadam, und wir haben wieder 16 Stunden uns ausgeholt. Ich will mal ein bisschen Spaß haben. Das ist irgendein komischer Elfenkrieger. Den sprichst du. Ach, deswegen sprichst du jetzt nicht. Ich will erstmal lustiger machen. Wie zum Beispiel, ach, komm, dummer Zwerg. Hä, was machen die denn? Verschlossen. Uh, da war was drinne. Ein Himmelstropfen. Ich bin böse. Ich darf Leute ausrauben, wenn sie ins Feuer gucken. Ich hoffe, das ist ihnen allen total egal, dass ich einfach mal ihre Schränke ausräume. Hier ist nichts drinne. Okay. Und das ist auch verschlossen. Bis Tyros aufsteigt, dauert es echt lange. Und hier ist Gold drinne. Hey, kann ich Taschendiebstahl auf meine eigenen Charaktere machen? Ja, einverstanden. Oh. Taschendiebstahl fehlgeschlagen. Oh, ich kann mich nicht selbst berauben. Wie schade. Kannst du mal speichern? Vielleicht kann ich bei dem Elf Taschendiebstahl machen. Okay. Elf Dieb. Ja, ich bin böse. Ich darf sowas. Ja. Vladov ist neutral böse, ne? Ich glaube schon. Taschendiebstahl erfolgreich. Ziel hatte nichts zu stehlen. Na toll. Von wegen erfolgreich. Was für eine Lüge. Natürlich, er hatte nur nichts. Das habe ich ihm wahrscheinlich schon genommen. So, wir sind jetzt bei 45 Minuten gleich. Ich würde sagen, wir machen erstmal Pause und essen was. Gut, wir essen was. Na gut, wenn du meinst. Okay. Oh. Nein, ich wollte dich nicht ansprechen. Ähm, wir machen hier Pause. Okay. Bis gleich. Und weiter geht's mit Let's Play Together Icewind Dale. Und wir sind gerade stehen geblieben bei einem Gespräch mit einem gewissen Elfen. Und zwar heißt er Everain. Nee, Erevain. 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 Schwarzgarbe. Äh, ich werde den sprechen und Spinatpizza macht das da unten, weil er den ja versehentlich angesprochen hat, wie auch immer. Seid gegrüßt, Freund. Ich bin Erevain Schwarzgarbe von Everest. Und ich bin nicht schwul. Ich bin ein Elf. Ich habe einen leichten, femininen Touch. Es ist schon Mode her, seit ich freundliche Gesichter gesehen habe. Trotz des trüben Ambientes unseres derzeitigen Aufenthaltsortes ist Osthafen ein bekommender Anblick für diese Elfen Augen. Du bist. Ich überlege gerade, welche Antwort am demnächst kommt. Pass auf. Eine, die überhaupt nichts mit dem von dir Gesagten zu tun hat. Was ist mit dem Ort? Ein bisschen kaltes Wetter ist doch nichts Ungewöhnliches. Da. Da.